He! He! Hat doch wieder geil sein vier Arme! Black Widow! Horker! Er geht zum Oskorb-Building! Er geht zum Oskorb-Building! Wenn wir in einem gänzlich-legalen, komplettaublose Büro-Büro wie Oskorb wollen, dann holen wir es raus! Das wird nicht richtig, Sir Mr. Richards! Ähm, fantastic! Dr. Richards! Ähm, ähm, Sir! Direktor Fury braucht vier Cap im Labor! Wir müssen hier mit diesen besonderen Steinen und ihre Verwendungen herausfinden! Dann machen wir erstmal an die Arbeit! Dringend, dringend! Den, den... Große, große Macht! Große, große Antwort! Yo Spider-Man! Wir müssen heute unseren eigenen Weg zu Oskorb finden! Wir müssen heute unseren eigenen Weg zu Oskorb finden! Wir müssen heute unseren Weg zu Oskorb machen! Wir müssen uns über die Statsache durchführen! Wir müssen heute unseren Weg zu Osorbinden aus! Wir müssen uns jetzt hierherentwickeln! Wir müssen uns mit einem Schuss noch einmal ausführen! so genau so doof grün so wie kommen wir jetzt hier rum auf der Stadt ach da langs nochmal gehen ja das ist kaputt gemein ich kann nicht mehr mit dem Auto fahren mein Gott hups ja gut die Klopse kommen hier nicht rum ob es in der Umgebung die Ziele gibt die du nutzen kannst jawohl wie ist das so weißt du was er meint wir gehen ein Stück zurück und hier sehen wir ja schon die eine Stange und das heißt wir schießen uns jetzt hier einfach zwei Feindern rein genau und dann können wir hier rüberspringen wenn wir die erst hinten dann ist die überall und ich jetzt auf die hier verkommen ja genau jetzt müssen wir rüberspringen ja so so laufen wir in den ganzen Sturm und alles englisch guck mal draußen guck mal draußen wo ist er hier jetzt nur hier steht leut ja klar soll ich vielleicht auch vielleicht auch noch deine Wäsche machen oh durch die durch die durch die durch die durch die nach und vorbeikommen das sieht so ungemacht aus das müssen hier um lang ahja hier muss ich jetzt Strom ausschalten Zack... Ja... Ah, okay. Gut, dann kann er jetzt eher auch hier lang gehen. Und er kann natürlich... Du kannst ja schalten, wenn du einen schalte benutzen, du kannst ja auch hier lang gehen. aber es sei, ob es einen Boden schießen kann, okay? Und... ich finde die Figur auch kaputt machen, weil er ist selber... So, sie wird fallen jetzt schieben gar nicht. Aber ich sehe schon, wir brauchen Black and Winnow, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hab das Spiel schon mal früher durchgespielt. Genau. Kann sie sich unsichtbar machen, kann dadurch durch diese Kameras hier durchlaufen. Zack. Und dann liegt zu werden. Ah... Innerhalb des Hochsicherheitstrakts des Oscorp Buildings wird in Norman Ostborns Labor nach streng geheimen, radikalen, neuen, chemischen und genetischen Technologien gefolgt. Gut zu wissen. Ah, da ist er ja. Wo warst du Solana? Wo warst du Solana? Michi ist nachher... Käse ist bei der esser Finanzkarte W- Es gab nur die HHHH Schuss, Oh, was ist das? Im Grunde Wir... Im Grunde Probably Gettbewerge Eis Geh, Schöne, dass die hier alle... Ach, das hätte ich nicht einmal so fangen, das wäre ja schon klar. Ja. Ja, das wäre ja schon wichtig zu sein. Hm. Wahrscheinlich können sie kompliziertere Rätsel lösen, oder ihre Rätsel werden jetzt aber komplizierter. Ganz von beiden. Oh, die Rätseln jetzt nicht mehr. Ich kann das mal alles aufeinander nehmen hier. Hehehe. Ich muss doch... Ich wollte nur Hawker. Okay. Oh, nee, Leute. Nein, kommt schon. Okay, oder? Stimmt, Hawker und Spider-Man. Ach so. Nur Spider-Man kann aus, versteht ihr jetzt? Nur nicht schwingende Charaktere. Ich glaube, er ist auch so. Eigentlich. Was haben wir jetzt jetzt gebracht? Ich hätte ihn noch immer runter schließen, oder das? Ich suche mal den Sinn daran, dass ich das kaputt gemacht habe. Oh. Nein, dem warte ich. Oh. 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 Jetzt sind die aggressiven. Auf einmal. Jeden Tag aggressiven Waffen. Hm. Aber nicht den ganzen. Oder? Ich habe irgendwas verpasst, was da runter kam. Könnte nicht sein. Dann hack mal bitte. Ah, okay. Jetzt bin ich. Jetzt habe ich gesehen, wie ich das herausfinde, was das ist. Ich habe eben gerade nur geraten, weil ich das Geist so mitbekommen habe, dass es da unten bringt, was so ein Code das ist. Okay, jetzt war ja überhaupt schade. Was ich im Geist so mitbekommen habe. Da höre ich wahrscheinlich Magnetokraft oder so. Jo. Ich mache das mit zuhören. Jo. Spendermen kann ja was machen amts. Spendermen sind krabbeet. Oh. Spendermen? Was ist bei dem? Ups Der Scheid muss noch mal ab werden Ja Jetzt holt er wieder ab Ich weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat, aber in dem Aufzug war einfach Deadpool drin In dem Aufzug Hat es bloß ganz kurz gesehen, da war einfach Deadpool im Aufzug Ah, er kann hier auch klettern So, anscheinend deutlich eine Leiter bei der anderen Habe ich mir schon fast gedacht Die brauchen mich jetzt... nein Schön, dass Black Vido gleich weiter klettert Spritzöger wieder runter Ist die doof oder so? Ach, jetzt So, dann kann er nämlich Hier kann ich nämlich genauso gut Ah, ein bisschen Seilspannen Und dann Hier zieh Das Spiel ist vorbei Nee 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 Nee, ja Ja Geh noch mal eine Runde spazieren Hm Hm Ja 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 Hier braucht man Jetzt Schießt mal ein Ball drauf Und dann Ja Wenn du Black Vido nicht fragst Ob Ja Ja Und Ja 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 Ich kann mal Das Level war ja noch lange genug, jetzt muss ich nur einmal wieder nach oben kommen zu ihm. Vielen Dank.